Hallo, mein Name ist Dominik Fuchs und ich mache in der Firma F.Willig meine Ausbildung als Produktionsfachkraft Chemie. Ich lerne hier abfüllen von Flüssigkeiten und verpacken, Dissolver bedienen, Druckfestigkeiten messen, schäumen, Viskosität messen. Hi, ich bin Paul und ich mache bei Willig eine Ausbildung als Industriekaufmann. Ich kümmere mich bei Willig um die Angebots- und Auftragsabwicklung und um das Exportgeschäft nach Australien. Besonders Spaß machen wir bei Willig, die Zusammenarbeit im Team. Die Leute sind mega locker und mega cool drauf. Mein Name ist Sophie Goitsch, ich mache eine Ausbildung als Industriekaufrau bei F.Willig. Zurzeit kümmere ich mich um die Auftragsabwicklung in der Abteilung Beschichtung, ich kümmere mich um den Einkauf und den Versand und am liebsten verbringe ich meine Zeit in der Buchhaltung. Hey, komm auch du zur Familie Willig!